Buschfeuer in der Türkei Die betroffenen Dörfer sind in großer Trauer und Schock. Die Regierung hat versprochen, den Betroffenen Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, um beim Wiederaufbau zu helfen. Die Feuerwehrleute kämpfen weiterhin gegen die Flammen, die durch die trockenen Bedingungen und den starken Wind immer wieder angefacht werden. Es wird erwartet, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis das Feuer vollständig gelöscht ist. Die Menschen in der Region hoffen auf schnelle Hilfe und Unterstützung, um die Folgen des verheerenden Buschfeuers zu bewältigen. und ihre Gemeinden wieder aufzubauen.